Hallo und herzlich willkommen bei RetroCampbell. Ich bin heute wieder auf Diagnachim-Ticket und heute habe ich das Spiel The Grand Mafia. Viel Spaß! Okay, und da sind wir jetzt schon wieder. Geht noch gar nicht an. Na doch, da ist es. Und los geht's. Spiel mir das Spiel mit den Krokodilen. Spiel mit den Krokodil. Das ist der Krokodil. Ja, Krokodil. Aber passt gut auf. Krokodil gibt keinen Ohr. Er schnackt gefällig ist so. Genau. Wir kennen das Spiel nicht. Ich bin bei den Spiels ziemlich noch am Anfang, weil damals ist mir das Spiel ja immer wieder abgestürzt. Ein bisschen konnte ich das nie richtig spielen. Mal schauen wie lange ich heute geht das Spiel. Ich bin noch im Clan drin. Okay, kein Problem. Ich bin noch im Clan drin. Okay, kein Problem. Ich bin noch im Clan drin. Ach was. Nur das haben wir hier. Oh. Verbessern, verbessern, verbessern. Ich würde sagen, einmal den verbessern und einmal den verbessern. Dann habe ich mich alle drei einmal verbessert. Systemnachrichten. Okay. Oh. Hier sind Sachen drin. Alles auspacken. Mehr auspacken. Ah. Ich glaube ich muss alle angeklicken. Ach je. Das kann ja dauern. Mal schauen. Auf einmal zum 황ne. Einmal auch zufahren. Es können uns meine improper zu entspannen. beim benutzen finde ich ja immer so gute frage dann drücken wir mal drauf so ach das wollte ich gar nicht benutzen aber beim einsammeln? hallo? ob man bestraft bei den spielwerken einsammelt? hm wenn ich das wüsste bestätigen ich könnte ein ganzes video machen nur mit den nachrichten achte mal es ist nichts drin alles nur crap alles nur nachrichten dann mach ich das doch einfach so hier äh mehr 28 bestätigen mehr alle nachrichten bestätigen bestätigen ich habe eine nachricht gekriegt die clan und hier sind auch nur ja auch nur aber dann dann auch mal hier alle nachrichten alle nachrichten bestätigen die 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 ich dann einsammeln bestätigen ganz unten ein erdgeschoss da borteil das euch hier bis zum vierten etage so verrückt ok bestätige einfri bestätige bestätige ja das wird heute ein ziemlich langweiliges video denke ich mal das dauert ja schon eine stunde bis ich hier die ganze nachricht gelesen eigentlich kopfschmerzen mal auf mit dem bohr die 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 so mittags heute habe ich mal versehentlich was heißt ich bin seit gestern ein bisschen leicht kränklich und treten habe ich nicht so aus dem bett habe ich mir gedacht ich mache heute mittag wenn ich von der arbeit komme das video und ja jetzt mache ich das video einsammeln, löschen, bestätigen, okay angesehen, einsammeln, 50.000 munition heftig jetzt habe ich doch alles angeschaut, oder? bitte jetzt nur noch einsammeln ich schicke mich immer zum gleichen seite, ja? immer auf der seite wo man kaufen muss, hier auch? egal gleich bin ich fertig, ich sehe schon das ende 23. bin ich schon, also jeden tag kriegst du eine nachricht, gut zu wissen auch darum die erste nachricht also ich glaube da ich immer hier gleich drücke, wäre es glaube ich mit dem handy jetzt ein bisschen schneller, aber klack 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 durch klicken aber immer hier was anschauen, seite anschauen ach da ist was was kriege ich? eine stunde, auch gut eine stunde, auch gut vergessen zu loschen ich trotte ah das ist gut, ja zack ach, warte, ich bin gleich fertig ja das war der letzte und die haben schon eingefallen Bologen bekommen jawohl und hier ist das hier ok da bin ich 193 193 warte mal der rotepunkt geht nicht weg was muss ich hier machen ah nichts egal ist der rotepunkt da? jetzt ist er weg wirklich ist er weg mamma mia er hat aufgehört geboren was müssen wir mit olivier machen? blackjack blackjack haa das muss mich glaube ich mal wieder rasieren ne ich will pass um Gottes Willen ein Foto von mir rein aufladen ja da Ja, Jüter, Waffen, Munition, Schein, Luftfilme. Ich dachte einfach drauf. Oh nein, dann mach ich mal drauf. Ghetto. Warte mal, kann ich die anderen verbessern? Sofort trainieren, trainieren. Nee. Kann ich leider nicht verbessern. Also, kann ich sie nicht verbessern? Wenn ich sie nicht verbessern kann, kann ich sie nicht verbessern, ne? Doch, hier, verbessern. Ach nee, das ist das Haus. Mensch, dann musst du die kaufen. Trainieren. 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, Stunde. Verbessern, ich kann doch nicht verbessern. Ich bin doch schon am verbessern. Okay. Was steht denn hier? Radar auf neu verbessern. Radar? Geh nicht. Ich kann ja nach. Wenn nicht, warum guck ich da immer nach. Ich kann einfach nichts verbessern. Damit passt da. Guck ich kann gar nichts verbessern. Kann ich mein Haus verbessern? Ähm. Perfekt. Natürlich kann ich das auch nicht verbessern. Ach. Was ist denn das Dorokalender? Ja, ja, ja. Da ist noch ein roter Punkt. Machen wir den roten Punkt noch fertig. Sammeln. Dann habe ich hier bei Aufgaben noch 10 rote Punkte. Okay. Fertig. Finanz. Oh. Alter Verwalter. Verbessern. Natürlich nicht. Den. Beschleunigen. Hier habe ich noch zwei. Nein. Es gibt aber keine Einheit. Ja, das habe ich noch. Okay. Aber hier ist ZZZ. Was machen die Note und reißen die das Haus ab? Okay. Hier ist ZZZ. Oh, da. Ja. Kurz vorm Ende. Sofort abschließen. Herausfordern. Bestätigen. Okay. Herausfordern. Okay. Das sind meine zwei. Rebecca. Meine. Rebecca. Warum kann ich nicht damit kämpfen? Ach. Weil ich der Boss bin. Langweilig. Ein von drei. Okay. Mein Mike bekommt Schaden. Ahhh. Oh. Jetzt. Jetzt kriegt er richtig Schläge. Der Mike. Boah. Mike, hast du das? Was ist das? Was ist das? Oh, der Falsche war das, naja, beide Tote, so, fertig, sofort abschließen, okay, da hat der Letzte, da ist der Boss von der ersten Gang, oh, ich kann hier ein paar Leute mitnehmen, äh, Rebecca hat den Grund, der da eine Krankenschwester, mit einer Dröhne, ach, zum Beispiel macht das so, ne, das Stärkste ist draußen, die Schwächsten sind drinnen, perfekt, und wenn es nicht klappt, dann habe ich ja noch ein Versuch, ach, locker, Automatik, VIP 6, jetzt entsteht ein Auto, ich stehe mitten auf dem Auto, okay, BÄM, und die Krankenschwester, 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 ach, jene, ist es kein verginger Auto? auch immer noch da, ah, der Mann soll die Trohle, was für eine Feige sauber, Maschinengewehr, ja, Matronen, dann drrrrt, oh, verlasse, einsamig, okay, ich habe den neuen Helden, hier ist er, bestätigen, bestätigen, oh, warte mal, hier, den letzten, verbessern wir, Rang, er kriegt, alle Ausrüstung, bestätigen, okay, halt nur nimmts, das war's, und er hier, was kriegt er, alle Ausrüstung, bestätigen, die ganze Zeit war ruhig, ich möchte das Video machen, auf einmal fangen es an zu bohren, das ist doch, wie ist das, genau, wie weiß ich was, jemand, was für ein Desaster, das meinte ich zwar nicht, aber, Leute, ich denke mal, ich beende das Video, ist für euch nicht schön, für mich nicht schön, aber, ihr müsst dann nicht weiter aus, äh, auskommen damit, nur noch ich, ich hoffe, ihr seid bald fertig, seit zwei Wochen unten am bohren, seit zwei Wochen, Monat, fünf lives, und das, was sind richtig, was sind, was sind, wie oft sind, wir haben noch etwas, dumm, ja éhh, ich suche das, gehen gehen dann können wir können wir schluss machen was mache ich dann weiterum heul doch ja super noch mal was gekriegt hier wollen wir den noch mal angreifen der Gegner 2028 oder ist der Gegner 28 ich habe 28 der Gegner ist 2018 ok doch das schaffen wir ja ich habe ein paar leute doch 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 hier oben steht 2700 wird 1100 ist das nicht schön was soll man dazu sagen ist halt so ne ich hoffe dass Bonn ist nicht im Gegenteil aber ich denke schon so laut wie es ist die ist 18.000 also die schaffen wir auch noch oder nicht dann schauen wir nochmal die roten punkte an hier ist eine Nachricht mit kampf löschen und bestätigen zurück Da war kein großer Punkt, Helden, Rang 2, Helden, ein Messer, ne Spritze Oh, die habe ich nicht, Heilen, 1, 2, 3, ein Schurke, okay, das war's, da oben ist der rote Punkt, Ach, das ist das hier, Rote Punkte hier auch noch weg, warte, hier ist was meinsam, gut, dass ich noch mal nachgeschaut habe, So, aushaften, habe ich davon aus, 4 Stück, und der letzte, okay, da oben, da, ja, genau, Dann haben wir hier noch einen roten Punkt, aber hier ist nichts, Kalender auch weg, alles weg, So, jetzt sind alle roten Punkte weg, jetzt kann ich ganzes Auge nicht machen, nein, handlöse Hand, Beende mal das, holen das Ticket ab, und dann sage ich noch, Dankeschön, was war denn das? Dankeschön für die Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal über die Zeit bist, Bis zum nächsten Mal, viel Spaß, und auf Wiedersehen, tschau 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 Tschau